Der 2. März war ein Tag, an den sich Stefanie Decker ihr Leben lang erinnern wird. Die 42-jährige Mutter aus Indiana war gerade mit ihren Kindern zu Hause angekommen, als ein fürchterlicher Tornado durch die Stadt wütete. Zuerst dachte sie, dass sie in Sicherheit ist, doch schnell wurde sie eines Besseren belehrt. Sie flieht mit ihren beiden Kindern in den Keller, doch auch dort schien sie nicht in Sicherheit zu sein. Ein riesiger Stahlträger nähert sich von oben und die junge Mutter muss sich entscheiden. Entweder sie rettet ihr Leben oder das ihrer Kinder. Die Entscheidung ist schnell gefällt und so fängt sie den tonnenschweren Stahlträger mit ihren Beinen ab. Zwar eine sehr schmerzhafte Entscheidung für die junge Mutter, doch nicht ansatzweise so schmerzhaft wie ihre geliebten Kinder zu verlieren. Das Metall zertrümmert ihr die Beinknochen und sie verlor später im Krankenhaus noch ihre Beine. Doch bereuen tut sie diese Entscheidung nicht. Mit viel Mut, Kraft und Sicherheit schafft sie es zurück ins Leben, an ihrer Seite die beiden Frischlinge, die sie Jahre zuvor gerettet hat. bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.